Einen wunderschönen guten Morgen, meine Lieben. Ich bin Rena und unsere Liebesbotschaft ist wieder da. Schauen wir, was kommt diese Wochenende auf euch zu. Geheimnisvolle Frau. Wenn du ein Mann bist, auf jeden Fall, wirst du so eine Brunnen in der Wüste finden, wenn du dürstig bist. Wenn du eine Frau bist, das ist eine sehr interessante, harmonische Energie. Du bist gerade zwischen zwei Welten. Intuitiv bist du sehr, sehr stark. Du spürst schon diese Welt und die andere Welt. Und du bist wie ein Übersetzer. Du bist dazwischen. Diese Karte sagt uns, das Wochenende wird einfach geheimnisvoll. Und schaut mal, meine Lieben, mit einem Mann. Jemand vielleicht wird ein paar schöne Begegnungen kennenlernen. Vielleicht lernst du wirklich jemanden kennen. Das ist ein König der Kelche. Das heißt, ein liebevoller Mann kann sein, er ist dein Liebhaber. Du bist seine Liebhaberin. Schaut mal, meine Lieben. Die hohe Priesterin und König der Kelche sagen uns geheimnisvolle Paar. Das heißt, wenn du jemanden kennenlernst, diese zwei Karten sagen uns nicht, dass du weiter eure Beziehung könntest. Hier ist mehr so eine Affäre oder mehr so leider, leider nur zum Wochenende. Nur zum Wochenende. Aber trotzdem, diese Karte sagt, das wird sehr liebevolle Wochenende sein. Du warst schon viel zu lange allein. Er bestimmt auch. Vielleicht kennt ihr euch schon etwas länger. Seht ihr? Er hat deine Foto. Er hat zum Beispiel oft an dich gedacht. Sich erinnert. Und ich sehe hier auch einen Ausflug zu zweit, meine Lieben. Diese Karte uns zeigt, dass auf jeden Fall hier wird eine wunderschöne romantische Begegnung am Wochenende. Auf jeden Fall. Ich werde jetzt noch für euch Rad ziehen. Ein Rad noch ziehen. Wie sollst du dich verhalten? Um jemanden kennenlernen. Zum Beispiel. Auf romantische Welle sein, meine Lieben. Auf romantische Welle sein. Das heißt, Rita der Kelche uns rät, dass wir irgendwo hin ausgehen. Dass wir nicht zu Hause sitzen und so weiter. Ob mit Maske, ohne Maske. Das spielt keine Rolle. Wichtig ist, der Magier sagt uns, alles ist in unserer Hand. Wir sind die Magier von unserem Leben. Wir gestalten unser Leben. Darum, wenn du diese Wochenende auf jeden Fall romantisch eingestellt bist, ausgehst, nicht zu Hause sitzt, auf jeden Fall erwartet dich diese tolle Wochenende, meine Lieben. Einfach wunderschön. Das wird auf jeden Fall ein Traum sein. Hier diese Karte leider versprechen nicht, dass du für immer bleibst mit diesem Mann. Aber das wird eine geheimnisvolle Begegnung. Viel Romantik. Wunderschön. Einfach wunderschön. Meine Lieben, ich wünsche euch eine wunderschöne Wochenende. Viel Glück. Viel Spaß. Alles Gute. Und alles Liebe. Tschüss, Baba, meine Lieben.